Moderatorin Claudia Pichler trifft Zauberfuß Ritchie Neudecker. Dolce Vita in München und Rockerkutte auf der Vespa? Das und ein Fernduell gegen Rafael Nadal gibt's in der Blue Box. Präsentiert von Die Bayrische. Servus Löwenfans, es geht weiter mit der zweiten Staffel von der Blue Box. Und ich habe die Ehre und darf eure Moderatorin sein und freue mich sehr über meinen ersten Gast heute. Servus Ritchie. Servus. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Aber bevor es tatsächlich die erste Blue Box gibt für dich, habe ich eine Videobotschaft für dich. Und zwar von unserem Schechi vom Stadionsprecher. Ich gebe dir das mal. Ja, buongiorno Ritchie, grüß dich. Ich melde mich aus der häuslichen Quarantäne und ich hätte dich natürlich wahnsinnig gerne heute selber bei der Blue Box auf der Couch interviewt. Aber es ist, wie es ist. Und außerdem haben wir einen unglaublich charmanten Ersatz gefunden. Das ist wahrscheinlich sogar noch die bessere Gelände. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dir die erste Frage heute stellen darf. Ritchie Neudecker und das italienische Lebensgefühl. Das wissen wir, das gehört also zusammen wie du und die Rückennummer 31. Deswegen heute die erste Frage bei der Blue Box. Lieber Ananas auf der Pizza oder Sahne in der Carbonara? Was sagst du? Du als alter Italiener? Alter Italiener, ja herrlich. Ja, also ich mache dann lieber die Sahne in die Carbonara, muss ich sagen. Ehrlich? Ja. Aber Carbonara kochst du ja selber? Natürlich. Immer wieder mal, ja. Aber tatsächlich haben wir Fanfragen bekommen. Und eine Frage war auch, was dein Lieblingspizzabelag denn dann ist? Vier Käsesorten, muss ich sagen. Sehr gut. Und wir bleiben, glaube ich, auch direkt beim Thema. Du bekommst deine erste Blue Box jetzt von mir. Und schau mal da rein. Danke. Ob du damit was anfangen kannst? Was siehst du da drin? Ich sehe eine Vespa. Ja, die ist natürlich sehr schön. Rot weiß ich jetzt nicht, ob das meine Farbe ist. Ist natürlich schon eher kritisch gewählt, würde ich sagen. Ich habe mir auch eine gekauft letztes Jahr. Ja? Im Sommer. Aber keine rote? Nee, eine schwarze. Eine schwarze. Nee, eine rote würde ich natürlich nie kaufen. Habe ich letztes Jahr gekauft, da habe ich mir viel Schmarrn anhören dürfen aus der Mannschaft, muss ich sagen, ja. Ehrlich? Ja, wollten sie mir auch so eine Motorradkutte kaufen. Und ja, wieder angeführt natürlich vom Hiller. Der macht den meisten Schmarrn bei uns, muss man sagen. Aber es ist ein sehr schönes Ding. Ich muss am Ende sagen, mein Kumpel hat es noch mehr genutzt als ich. Und na ja, da haben sie mich echt richtig oft verarscht. Das war echt Wahnsinn. Das weiß ich nicht, einmal waren wir trinken. Und dann habe ich die natürlich stehen lassen beim Kumpel. Dachte halt, die steht da noch. Und dann schickt mir mein Kumpel mehrere Bilder. Von irgendeiner Vespa. Und ich kenne halt mein Kennzeichen nicht. Ich weiß nur, dass die 31 drin ist, weil die hat netterweise der Verkäufer organisiert. Das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und dachte mir, das kann ja nicht wahr sein. Gibt es da noch jemanden, der die 31 drauf ist? Das gibt es ja nicht. Weil ich war mir sicher, mein Roller steht beim Kumpel. Ja, und irgendwann habe ich erfahren, ach nee, das ist ja meine. Und der hat die schon längst abgeholt. Und ich fahre zum Kumpel, will meinen Roller abholen. Und habe es einfach nicht gecheckt. Habe sie ewig gesucht. Und irgendwann kommt er heim mit dem Roller. Ja, das war frech. Geschert. Ja, sehr geschert. Cooles Ding. Gefällt mir. Aber so italienisches Lebensgefühl. Kaffee magst du auch gern, glaube ich. Ja. Und hast auch Stamm-Italiener. Gibt es in München irgendwelche Plätze, die du empfehlen kannst und magst? Die du irgendwie, irgendeinen Tipp, wo man so das italienische Lebensgefühl besonders merkt? Ja, also ich bin halt viel im La Migliore. Das ist am Ostfriedhof. Da kennt man halt die Besitzer schon ganz gut. Weil ich in der Jugend viel da war, als ich hier mit der Naht war. Bin ich da sehr oft essen gegangen. Da viel Zeit mit meinen Freunden verbracht. Das ist eigentlich schon mit mein Lieblingsitaliener. Ansonsten, ich bin halt die meiste Zeit, bin ich eigentlich Kaffee trinken. Ja. Viel am Gärtnerplatz oder eben in der Türkenstraße oder Schellingstraße. Bei Man vs. Machine, da werde ich schon auch oft mal ein bisschen verarscht, ob ich heute noch Kaffee trinken gehe. Gehört ja auch dazu. Aber muss ich schon sagen, da bin ich schon ziemlich oft. Also Man vs. Machine kann ich nur empfehlen. Mal reinschauen, schon ein gutes Kaffee. Man sieht ja auch auf deinem Instagram-Account immer mal wieder Bilder mit Espresso oder am Gardasee oder so. Man sieht da aber noch mehr. Also wir haben uns da ein bisschen umgeschaut und wir haben uns da was ausgesucht. Und das müsste in dieser zweiten Bluebox drin drin sein. Schau mal rein. Stell das mal kurz weg. Genau, aufräumen. Gut, danke. Hausmann hier. Brav. Wenn es schon nicht kocht. Ja, wenig zumindest, sehr wenig. Oh ja. Oh ja. Der Ju. Ja, sehr schön. Es ist ein bisschen ein älteres Foto da, die Sagen, oder? Ja, es ist schon ein, zwei Jährchen her, ja. Erzähl mal, wie das entstanden ist. Ju und ich waren ja im Internat zusammen. Wir haben uns da super verstanden. Wir haben schon relativ viel miteinander gemacht. Aber ich muss sagen, es ist ewig her und wir sehen eigentlich beide gleich aus, oder? Ja, vor allem sehr jung schaut es ja aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, er hat jetzt nicht viel mehr Bart bekommen. Ich habe ein bisschen Bart bekommen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir beide ziemlich ähnlich aus. Ja, und ich dachte, vor kurzem sind meine Haare hier aufgehört zu wachsen. Aber man sieht, das war schon damals auch so. Das muss man leider nicht gestehen. Aber es ist ein schönes Bild. Ich habe immer noch Kontakt zu Ju. Aber das ist jetzt nur einer von deinen vielen Weggefährten. Du hast ja auch schon einige Stationen hinter dir, einige Mannschaften kennengelernt, viele Kollegen natürlich. Und ich würde dich jetzt mal bitten, wir gehen jetzt gleich mal darüber an die Tafel, dass du einfach mal deine Lieblingself, deine Traumelf aufschreibst. Und zwar bestehend aus Spielern, mit denen du einfach auch schon mal zusammengespielt hast. Also es kann natürlich nach Fußballtalent gehen, aber auch nach Sympathie, wie du es dir wünschen würdest. Okay. Das gehen wir jetzt mal an die Tafel. Ganz klar. Da bin ich aber gespannt. So, Rich, jetzt wird es ernst. Da ist dein Stift. So, also hinten muss natürlich der Hilder dazu. Da würde er mich jetzt killen, wenn ich ihn nicht reinmache. Da muss ich ihn ja fast mitnehmen. Fangen wir in der Innenverteidigung mal an. Da würde ich den Felix Weber auf jeden Fall nehmen. Und neben ihm, also ich darf auch Spieler von St. Pauli und so, alles drum und dran. Ja, ja. Super. Die freie Auswahl. Da nehme ich dann den Schoppe. Mit dem habe ich zusammengespielt auf St. Pauli. Dann links hinten, da würde ich den Wittek-Maxi nehmen. Den habe ich in der A-Jugend zusammengespielt. Rechts hinten nehme ich den Pachonik. Mit dem war ich in Venlo in Holland. Das ist immer noch ein guter Freund von mir. Wir haben noch sehr viel Kontakt. Auf der Sechs nehme ich Bernd Nährig. Den habe ich auch auf St. Pauli gespielt. Da habe ich viele Urlaube in Österreich verbracht. Ein richtiger Suffkopf ist es. Also ist es dann mehr eine Sympathieentscheidung als jetzt? Ja, schon. Viel, sehr viel, sehr viel. Aber da ist natürlich auch viel Qualität auf dem Platz. Ja, gut. Dann würde ich rechts, also ich spiele 4-4-2-Raute. Da ist der Sechser, ist Bernd. Dann würde ich rechts den Ju natürlich nehmen. Ja. Links nehme ich den Emanuel Tafferzofer. Den habe ich in der A-Jugend zusammengespielt. Ist auch noch ein enger Freund von mir. Auf der Zehn, da kenne ich einen guten... Ah ja, das war ich selber. Da würde ich mich selber aufschreiben. Sehr gut. Im Sturm, Mats Müller-Dehli, der ist jetzt in Nürnberg. Der ist eigentlich Zehner, aber der kann auch... Ich habe keine Ahnung, wie man den schreibt. So, wie man spricht. Schon, oder? So, das ist ein Riesenname. Und neben ihm Fährmann nehmen. Mit dem habe ich auch auf St. Pauli zusammengespielt. Und hast du noch Kontakt zu den allen, oder? Zu den meisten schon, ja. Da war schon sehr viel Sympathie jetzt mit dabei. Meine jetzige Mannschaft habe ich mal außen vor gelassen. Außer Marco, weil den kenne ich auch noch aus der Jugend. Sonst hätte ich da natürlich schon noch mal den einen oder anderen dazugesetzt. Ja, also auf jeden Fall... Ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall... Regionalliga kriegen wir hin. Super. Ja, sehr schön. Lass uns gerne wieder hinsetzen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, super. Du, wir machen gleich weiter mit der nächsten Blue Box. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. So, ich gebe dir die mal. Boah, sehr großzügig. Ein iPad, finde ich. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Aber da gibt es tatsächlich was zum Anschauen. Ach so. Entsperre die mal. Weißt du den Code? Profi. Das ist mein Bruder. Ja. Servus, Richi. Wie wir dir ja schon oft gesagt haben, bist du ein Riesenvorbild für nicht nur mich, sondern für unsere komplette Familie. Mama und Papa sind mega stolz auf dich. Ich natürlich auch. Genau, aber du weißt natürlich auch, dass du an deiner Fitness weiterarbeiten musst. Auch wegen deiner Schambeinentzündung, die du vor ein paar Jahren hattest. Da musst du immer dranbleiben. Dafür haben wir ja extra ein Konzept ausgearbeitet. Ein Präventionskonzept, das du immer ein bisschen vor dem Training machen kannst oder abends vor dem Schlafen gehen. Du machst uns auf jeden für alle glücklich und stolz. Auch ich bin sehr stolz, dich als Bruder zu haben. Und dann bleib dran, gib Gas und spiel die nächste Saison oder auch diese Saison genau so, wie du es bis jetzt spielst. Eine Wohlschöpfe vom Bruder. Sehr süß. So etwas ist ihm so unangenehm. Glaubst du ja? Ja, hundertprozentig. Aber ihr habt ein ganz enges Verhältnis, oder? Er ist eine super wichtige Person für dich. Ja, also Tobi ist immer dabei, egal bei was. Der weiß alles. Den frage ich immer um Rat. Also ich war jetzt heute auch im Fitness, davor mit ihm noch. Also mit dem mache ich echt alles. Wir haben echt eine sehr, sehr enge Verbindung. Ich glaube, das ist nicht normal zwischen Geschwistern oder nicht immer so. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir das pflegen. Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Aber es war sehr rührend, aber auch gleich ermahnend. Ja, das ist er. So ist er. Also wir haben ja auch ein Fußballcamp zusammen. Und da ist er genauso motivierend wie auch, aber extrem kritisch. Und wenn ihm was nicht passt, also der ist der geborene Chef, weil der ist wirklich, der zieht das so knallhart durch. Und wenn ihm was nicht passt, dann gibt es da kein Zögern. Der sagt dir das direkt und zwar also wirklich komplett hart. Also der sagt dir das so, wie er das denkt. Ja. Aber das macht ihn noch aus. Also genau so muss es auch sein. Und ja, so ist er halt, der Tobi. Ja, wir wollen dich natürlich auch noch in Action sehen. Deswegen gibt es noch eine weitere Blue Box für dich. Die hat aber auch eher was mit einem Hobby von dir zu tun. Also ich weiß nicht, was machst du sonst noch so zum Ausgleich? Also hin und wieder spiele ich Tennis mit Freunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Ja, ansonsten. Schau doch mal rein. Nein. Natürlich. Ein Tennisball. Ein Tennisball, genau. Aber du sollst gar nicht unbedingt Tennis spielen damit, sondern du bist ja unser feinster Techniker. Und wir wollen dich beim Hochhalten sehen. Das habe ich mir fast gedacht. Das hast du ja so schön schon mit Klopapierrollen bewiesen, dass du das kannst. Das habt ihr auch auf Instagram gesehen, oder? Ja, natürlich. Na super, da freue ich mich. Das ist mein feinster Techniker, oder? Also drei Versuche. Ich zähle mit und drücke den Daumen. Nein, ich sehe schon, das wird peinlich. Die zehn haben wir geknackt. Die zehn haben wir geknackt. Das war wichtig. Die zehn haben wir wieder. Die zehn steht. Die steht. Das war das Ziel. Ja, Ritschi, super. Also zehn, das muss man erstmal schaffen. Liebe Löwen-Fans, falls ihr das Gefühl habt, ihr möchtet das auch mal ausprobieren, macht das gerne und macht eine Instagram Story und verlinkt den Ritschi und die Bayerische. Und dann gibt es nämlich Tickets zu gewinnen für ein 60er Heimspiel. Das ist doch was. Sehr gut. Auf jeden Fall. Kommt vorbei. Ritschi, schön, dass du vorbeikommen bist. Vielen Dank für deinen Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke.